Musik Titrieren. Bestimmende Halbwertzeit. Keine Studenten der Chemie, sondern künftige Kommandeure der NVA. Offiziersschüler. Ihre Fachrichtung? Chemische Abwehr. Ein Dienst in unserer Armee. Zum Schutz unserer Truppen vor Massenvernichtungsmitteln des Gegners mit modernster Technik ausgerüstet. Musik Die Vielfalt der Aufgaben stellt an diese Offiziere hohe Anforderungen. Sie vereinen die Qualitäten eines Kommandeurs mit dem Wissen eines Diplom-Ingenieurs. Musik In Manövern und Übungen müssen diese Fähigkeiten ständig unter Beweis gestellt werden. Musik Ob als Spezialisten der EDV oder Leiter von Kampfkollektiven. In der chemischen Abwehr üben diese Offiziere einen interessanten und verantwortungsvollen Beruf aus. Musik 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 Musik